Moin moin meine Freunde und herzlich Willkommen zurück bei Because Gaming is Fun und einem neuen Projekt mit ganz vielen Neuerungen. Erstmal Worms Clam Wars jetzt. Der neueste Worms Teil hat mehr Waffen als Worms Revolution. Hat einige Neuerungen im Gegensatz zu Worms Revolution. Wir kennen sie selbst noch nicht. Zweite Erinnerung, ihr seht die Webcam. Hi Leute. Wir sehen die Webcam, was so drin gewohnt ist. Ja genau, stimmt. Vor allem hier mitten in der Aufnahme sehen wir sie nicht. Wir sehen erst, wenn wir aufgenommen haben, wie bescheuert wir eigentlich aussehen. Vielleicht bin ich sogar gar nicht richtig auf dem Bild drauf, weil ich zu weit links sitze. Ich weiß es nicht. Vielleicht was mal mit deiner Brille? Ja genau, das könnte sein, dass meine Brille ein bisschen reflektiert. Von daher... Moin. Herzlich Willkommen zu den Nachrichten. Genau. Dritte Erinnerung. Kröschi ist da. Moin. Ich weiß nicht, ob man mich richtig hört oder nicht. Ja, wird schon gehen. Also ja, wir nehmen jetzt nur über mein Mikro hier an meiner Fresse auf. Und ja, wir spielen jetzt quasi im Hot Seat. Immer der, der dran ist, geht an die Tastatur ran, dann ist der Nächste dran. Worms Clan Wars hat insgesamt, hatte ich gestern gezählt, 14 Spielmodi. Bisschen was zu tun für uns. Genau. Wir fangen an mit dem Modus moderne Wormführung. Machen 20 Minuten die Runde, 45 Sekunden Rundenzeit. Äh, Zugzeit, nicht Rundenzeit. Einen Sieg benötigt, rein teleportieren ist aus. Ich habe noch nicht entdeckt, wie man eine Zufallskarte erstellt. Von daher, werden wir da jetzt vermutlich in den Editor kommen. Ja. Kannst du da nicht irgendwo zufällig drücken? Ja, hier. Komm, machen wir mal ein paar... Einfach mal ein paar Mal durchs zufällige durchswitchen. Okay, Inka. Oh shit. Neue Modi gibt es auch auf jeden Fall. Alles klar, so. Sieht spannend aus. Ähm, ich bin Gaming-Power, Sascha ist wieder Anime-Power. Genau. Ich musste mir gerade irgendwie ein Team ausdenken. Okay. Es kann sein, dass man mich ein bisschen schlechter hört, das wissen wir nicht. Ganz genau. So, oh, Crashy fängt sogar an. Siehste, Gast first hier. Ja. Oh, das sieht aber schick aus auf jeden Fall. Ja. Also ich habe es noch gar nicht gespielt, Sascha hat mal reingeguckt. Ja, ich habe mal ein Spiel gegen den Computer gespielt. Wie sieht denn das hier überhaupt aus? Ui, deine Maus ist aber auch schnell. Hoho. So ein Wechsel. Mein Gott, was ist das hier alles? Ja, es gibt so ein paar mehr Waffen als bei Revolution noch. Autokanone auf jeden Fall. Da steht aber auch nicht was. Doch, musst du länger. Okay, das Meust ist ja noch gar nicht freigeschaltet. Richtig. Ich muss langsam was einfallen lassen hier. Ja. Gibt es nur was mit dem Baseballschläger denn? Der ist noch nicht freigeschaltet da über dem Drankball. Das wurde jetzt auch öfflich ausgesehen haben. Ja. Oh, shit. Ist das eine normale Granate? Ja. Ui. Macht aber Bump. Ja, aber genauso viel Damage wie damals auch schon. Ja. Oh, hast du ja selbst Damage gemacht. Ja, Leich. Aber ich wollte nicht zu weit an den Rand gehen. Ähm. So, warte mal. Jetzt. Auf alte Manieren natürlich erstmal nicht. Erstmal fällen. Oh, nee. Oh, shit. Oh, shit. Das sieht ganz böse aus. Nein, 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 nein. Jawohl. Alles klar. Ich glaube, die können ja drei Würmer von dir umzubringen. Oh, aber ich glaube, alle drei hättest du nicht erwischt. Mit dem großen Bump. Das ist die Granate. Äh, die Mine. Oh, die Mine hab ich sie überhaupt nicht gesehen. Ich sollte doch mit Brille spielen. Oh, scheiße. Die hab ich überhaupt nicht gesehen. Ja, setz doch die Brille wieder auf. Ach, Quatsch. Nein. Eigentlich hab ich sie dann ja gesehen. Ich hab... Achso. Du bist nur durch drauf geachtet. Genau. Die erste Runde fängt doch schon wieder super an. Ha, ha. Bordster-mäßiges Failen. Ach, du gehst immer mit rechter Maustaste da rein? In das Menü? Ja. Äh, rechts Shift. Achso. Erstmal Bahnen. So weit flieg ich nicht. Doch, so weit fliegst du. Ach komm, hätt ich nicht auf der Kiste stehen bleiben können. Noll. Oh, was von? Da war wohl auch noch ne Mine. Die hab ich nicht mal gesehen. Verarsche hier. Der ist tot? What the fuck? Ja, weil die Kiste mit in die Luft geflogen ist. Alter, aber der... Ja, genau. Oh, das Wasser sieht jetzt auch schicker aus. Also nicht mehr so ganz so super künstlich, sondern halt schon so ordentlich. Komm schon, lass mich schon Dynamit haben. Nein. Doch, doch. Nein. Verdammt, kein Dynamit. Ich seh keins. Ich auch nicht. Äh, was haben wir denn dann Feines? Das Menü ist ein bisschen unübersichtlicher, muss ich sagen. Ja, was kriegen wir hier eigentlich noch? Ah, da kriegen wir ein Boggy Bee. Ah, Boggy Bee, okay. Äh, was haben wir hier? Da haben wir ein Gleichmacher. Oh Gott, ich hab gleich schon wieder keine Zeit mehr. Was haben wir hier? 18 Sekunden. Teleportkanone. Aha. Und es läuft sehr viel geschmeidiger, hab ich das Gefühl. Jawohl. Das lief ungefähr so wie geplant. Joa. Schönes Ding. Stimmt, hier hat man nicht die Legs beim Rundenübergang. Andererseits müssen wir da mal gucken. Genau, da muss man gucken, wie das ist, wenn wir über Netzwerk spielen. Aber ich meine auch so, es läuft einfach irgendwie geschmeidiger. Joa. Junge, du musst auch schon ein bisschen mitlenken, ne? Ja, ja, ja. Was machst du denn da? Warte! Lass mich arbeiten. What the fuck? Vielleicht geht meiner jetzt mit drauf, aber das ist mir egal. Das Risiko gehe ich ein. Wenn die Granate überhaupt trifft. Wird sie nicht. Ach so, okay, bei einer Sekunde vielleicht schon. Joa, sehr gut. Nicht ganz so geplant. Was? Oh ja, das ist gut. Was du vielleicht gerade nicht gesehen hast, ab jetzt haben wir Dynamit. Oh. Da habe ich nicht drauf geachtet. Hab mir fast gedacht. Bruder. Oh. Uh, cool. So weh, der fliegt jetzt direkt zu mir. Oh shit. Damn it. Oh shit. Ach komm doch. 104 Damage. Damit hast du dir selbst gemacht auch. Wie das denn? Keine Ahnung. Fall. Ja, ihr könnt ja mal bitte in die Kommentare schreiben. Wie ist das mit der Webcam? Ist sie an der Position gut? Ist die Transparenz so gut? Ich habe sie extra ein bisschen runtergestellt, damit... Friss das! Autsch. Loll. Alter, der Crew bleibt einfach mal ganz. Ja. Ja, ich sehe jetzt gerade, die Webcam müsste direkt über der Rundenzeit und sowas hängen. Oh. Wir müssen das für die nächste Aufnahme mal ändern. Ja. Wir experimentieren einen. Wir experimentieren ja auch bei der ersten Kante. Genau. Gibt es kein Dragon Ball mehr? Äh, keine Flammfaust mehr? Doch, zwei hoch. Ah, da. Ja, gut. Das wäre ja mal richtig scheiße gewesen. Hier haben wir Napalm. Hier, bei dem bin ich noch gespannt. Der Mega-Mörser. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Ich habe theoretisch ja auch eine Webcam zu Hause. Also vielleicht können wir auch mal mit zwei Webcams spielen, aber... Oh, Bro. Oh, Bro. Oh, Bro. Wir waren nur 434 Meter, haben sie hier vorbei. Glückwunsch. Jawohl! Revanche, Junge! Jawohl! Revanche, Junge! Pfff! Hallo? Nein, so weiter auch nicht! Alter, warte shit! Jawohl! Das sieht ja schon freaky aus! NOOL! Warte shit! Warte shit! Wer schießt denn weiter? Alter, what the fuck! Alter Schwede! Hast du jetzt irgendwie mehr gefunden? Ja. Alter, 70 damage! What the shit! Aber ich hab mich trotzdem gefragt, warum du mir da nicht einfach ein Dynamit hingelegt hast. Ich wollte den Mörser ausprobieren. Aber man sieht die Wurmnamen gar nicht, kann das sein? Ah, wenn man dicht reinzoomt, glaub ich. Ah ja, jetzt, okay. Stimmt. So, Mafia macht Abgang! Nein! Plop, plop, plop! Hahaha! Alles klar! Trotzdem kriegst du die noch in Führung! Aber knapp! Ich find die Namen cool, wenn du uns die Namen sehen könnt. Ja, aber ich kann... Man sieht einfach nix, wenn das so nicht reingezoomt ist, find ich. Doch, jetzt sieht man gerade wie Aaron Jäger sterbt. Nee, 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 das wollen wir doch gerade. Doch, doch, doch. Ach, bist du doch eh zu inkompetent für. Klappt das oder muss ich mein Dynamit benutzen? Ach, komm. Wofür haben wir es denn? Oh, komm, die Druckwelle ist so groß, dass es das fast der Umgang macht. Schaade! Nein, 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 nein. Schade, schade, schade. Massenvernichtungswaffen gesichtet. Jawohl. Oh, schick. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir Worms Klemmerhaus viel besser als Worms Revolution. Oh, viel besser. Bitte? Viel besser. Also ich mochte Worms Revolution auch. Ich, ich auch. Es war echt gut, aber... Oh, nee, ey. Ach so, noch fünf Wasserschaden. Ja. Ich dachte gerade, warum sechs Schaden? Ich hatte doch nur einen beim Fallen bekommen. Alter, der Mega-Mörser wird jetzt aber nochmal eine Herausforderung. Ich fand den echt geil. Ja, klar, mit dem muss man aber erstmal ordentlich zielen können. Das stimmt. Na, was kommt jetzt? Ja. Premium. Premium! Alter! Alter! Ich wollte den 390er im Wasser treffen. Alter, der 36. Die Clusterbombe ist so schwach einfach nur. Ey, gut, dafür hast du ja auch die einzelnen Cluster noch, die fliegen fliegen. Ja, aber selbst da... Ich will mal da unten zielen! Nein, geht nicht. Oh! Scheiße. Was haben wir denn da jetzt noch zu... Haben wir da schon was Neues zu bekommen? Aquapack! Ist das sowas wie ein Jetpack, nur mit Wasser betrieben? Könnte ich mir vorstellen. Oder um sich unter Wasser schnell vorzubewegen. Oder sowas. Ja, genau. Bitte! Äh, wie sch... BOOM! Ha 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 ha! Voll da! War nur Wurm. Kann doch auch nichts dafür! Selbst schuld! Woran denn? Ach nö, das ist jetzt aber doof! Ne, geht's! Ja, ein Superschaft, natürlich! Ich weiß ja gleich Bescheid hier! Ja! Muss ich da erstmal rauskommen wieder. Schaffst du nicht! Boah! Lass uns unter Wasser echt regeln! Das ist vielleicht das Aquapack benutzt! Was machst du da? Ich will nicht die Mine da rein! Ach so, du hast ne Mine! Ja, du hast ne Mine! Eine Mine! Oh shit! Ne, das wird nix! Was ist das? Das ist der Luftangriff! Ich dachte, das werden Dings, ne Lenkrakete! Ne, die Lenkrakete sieht anders aus! Fuck! Ja, ich depp! Sollte es dir vielleicht auch erstmal die bezeichnen oder? Ich wollte eigentlich, dass die da rein, dann so tschu! Mit's Wasser! Das... Gut, das wäre ein bisschen weit gewesen noch, aber... Hier, da hast du die Lenkrakete! Was hab ich genommen? Du hast hier den Luftangriff genommen! Ach so! Na gut! Ähm... So, warte mal, wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Gar nicht! Oh, oh, oh! Der Plan ist böse! Kleine Miese! Kriegst du schon... Warum kriegt der denn jetzt schon Schaden? Das kriegt er! Alles klar! Der war doch wohl drauf! Der war doch wohl drauf! Ach am Arsch! Der ist ja wohl ein Witz! Nein, er wäre sowas von tot gewesen! Er wäre ins Feuer, da wäre er rumgehüpft, wäre er runter ins Feuer! So eine Verarsche hier! Schaffst du nicht! Da kommst du nicht zwischen! Muss ich da zwischen kommen? Oh gut, bei 34 damage nicht! Oh! Oh! Aboahhahah! Scheiß! Oh! Schweiß die Wand an! Ohohohohoh! Ohohohohohoh! Ohohohohohohohohoh! Jawohl! Ach da, ja, ja, das... drauf hieß da eigentlich so ein weißes Tuch mit dem roten Punkt drauf. Joa, wieso Japan-Style? Wop, wop! Opa, Japan-Style, oder was? Oh, oh. Boom! Wann noch das kündlichere Ende? Boah! Hätte schlimmer ausgehen können, ne? So, Sascha. Oh, oh. Da fällt mir der Boom da fest. Pfff! Wuuuuh! Hast du nur fünfmal! Eben! Muss man langsam mal aufpassen, du! Dafür verschwindest du ein Jetpack, okay. Du bist ja eh fast tot. So, wie war das jetzt? Enter. Jetzt könnte ich Probleme bekommen, äh, an dich ranzukommen, ne? Autsch! So. Vier gegen fünf. Hm. Ja, ja. Ne, finde ich jetzt aber doof. So. Huch. Wie machen wir das jetzt? Ja, sicher! Pfff! Kollateralschaden! Das sollte treffen! Warte mal, ich... Ja, genau! Geh doch dich da ran, Junge! LOL! Achso, er schießt! Häufiger! Du! Alter! Ach, du, dein Mensch! Hahahaha! Es löst dein Problem, wie du runterkommst, ne? Ja, in der Tat! Der Mega-Merser ist geil! Der Mega-Merser ist mega geil! LOL! Achso, das ist super scharf, das hattest du ja eingesammelt! Hallo? Ja, musst du ja einmal aktivieren. Das war's nicht so! Jetzt kommt er mit dem Boogie-Pier an! Wird nix! Wird nix! Oh, schade, siehs nix mehr! Jawohl, wird nix! Sag ich doch! Nein! Der stirbt! Pfff! Hui! Dass es auch so rumschwanken muss, ist echt schlimm! Ja, sonst wär das ja total OP! Ja, aber OP ist schön! Zumindest wenn's für mich ist! So, wo haben wir denn welche von dir da oben? Ich bin alle in der Taktik, aber nicht wertvoll zu schaden! See you later, Alligator! Sie trifft nicht! Pfff! Oh mein Gott! Der ist tot! Ah, ich hoffe, dass er Schaden durch die Explosion mitbekommen hat! Ja! Oh, meiner kriegt ja immer mehr Wasserschaden! Da steht's plötzlich 4 gegen 3, wa? Nee, nicht witzig! Nee, ich witzig! Haut auch so'n bisschen! Nee, nee! Oh, da ist ne Mine! Nee! Nein, 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 nein! Stopp, stopp, stopp! Ach, Quatsch! Oh shit! Triss nicht! Ich röch' dich nicht treffen! Ich röch' dich nicht treffen! Hier trau' ich alles zu, du! Mir auch! Hehehehe! Sehr gut! Sehr gut! Alles klar! Also, war das euer's Jackpad? Äh, Jetpack! Sooo, wie hauen wir ihn da jetzt weg? Gar nicht! Ah, doch, doch, doch! Nein, nein, nein! Ah, doch, doch, doch! Und ab ins Wasser noch dazu, jawohl! Aber da krieg' ich ja keinen Fallschaden! Aber fünf! Denk ins Köchen! Wasserschaden! Ja! Hehehe! Und da der eben grad dran war, wird dann zwei Runden down sein! Das stimmt! Ja, er jetzt leider auch! Hehehehe! Nein! Müsste! Sein, das Wasser hat ein bisschen den Scha- schade! Hehehe, schade! Einfach nein! Hehehe! Das ist doof jetzt! So, du stammst zwei gegen drei, ne? Ja, nicht mehr lange! Das stimmt! So, wo haben wir denn deine Würmer? Ja, da unten haben wir einen, da oben haben wir einen! Was hab' ich auf Distanz noch so? Hab' ich nur noch einmal einen Napalm! Und Löse! Ja, 55 Damage macht die nicht! Hey, hallo! Jetzt! Ich ahne Böses! Nein, Feuer! Feuer! Nein! Oh Gott! Nein! 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 Oh! Achso, der ist sowas gekriepiert. Ja, sehr gut. Zwei gegen zwei! Zwei gegen zwei. Der Siebender nimmt Drache. Oh, shit. What the fuck? So hat ein Superschaf aber noch nie funktioniert. Was war das denn für die Scheiße? Wir sagen, wir haben das Superschaf geändert. Du musst wahrscheinlich mit 1 bis 9 jetzt die Zeit einstellen. Okay. Knockout! Ja, das ist natürlich... Ah gut, so findet man es natürlich auch aus. Leider Gamebreaking jetzt gewesen. Nein. Gut, wenn du dich doof genug anstattest, nicht. Nee, das ist recht. Sascha probiert es machen, oder? Boah, nee, der Mikkel ist kacke. Das geht nicht. Doch, das ist so. Nee, nee. Sag mal, warum zieht der denn immer automatisch komplett nach unten, ey? Ja, löp. Trifft er mit. Was war das? Das war nichts. Oder wie du so schön gesagt hast, nein, in der NHL Folge. Das war scheiße. Was war das? Ja, Alter, ich hatte doch schon fast mit voller Power geschossen. So, die muss jetzt aber sitzen. Oh, nicht ins Wasserfall. Doch. Die geht daneben. Die wird neben mir sich durchgraben. Du bist nur ein Depp, Krischi. Ernsthaft? Nein. Oh Mann. Ich dachte schon, da wäre es um mich geschehen, aber da habe ich dann gesehen. Viel zu blöd gezielt. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Teil da unter mit kaputt geht und, keine Ahnung, irgendeinen ganz tollen Effekt hervorzieht. Also, ich zeige, Sascha gewinnt die erste Folge. Wow. War sehr lang nicht. Wow. Nö. Das auch geklärt. Ja, langsam gehen die Waffen aus, wa? Ja. Trifft nicht. Trifft nicht. Doch. Nein. Doch. Der geht ja mitten in den... Ich hasse diese scheiß Dinger. Du weißt doch, dass die sich immer den direkten Weg suchen. Wie versuchst du da dann außenrum ne Kurve zu schießen? Ich dachte, so intelligent wäre die mittlerweile, Mann. Oh Mann, da lag irgendwo ne Mine. Da liegt sie. Okay. Alter Schwede, das war jetzt gerade echt nicht so leicht zu erkennen. Adieu, 25er Wurm. Ja, aber dann trifft. Trifft nicht. Zivilisation! Nein! Aber ich habe nur noch einen 5er und einen 7er Wurm. Das ist kacke. Das gibt es doch nicht, ey. Kann dieser scheiß 70er da endlich mal verrecken? Aber der explodiert ja in der Luft, ne? Der Napam hab ich bei dir gesehen. Jo. Und war das jetzt hier in Zone, ne? Ah, Napam macht einfach nicht genug Schaden. Was ist das? Ich bin sicher, dass du jetzt anfangen willst, zu rumexperimentieren? Nein! Ja, komm, wenigstens mach ich überhaupt noch Schaden hier. Oh, ich seh's, komm, ich fall jetzt in die Mine rein. Komm, weiter, 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 weiter. Ja, los, das passt, das passt, das passt. Oh, oh. Okay, ich fall nicht zur Mine hin. Sehr gut. Komm, du wärst in die Mine mehr explodiert. Ööö. Ne. Jetzt habe ich ein Problem. Ah ne, er da unten ist dran. Ich habe trotzdem ein Problem. Du hast auch kein Fernangriff mehr, ne? Du hast auch kein Fernangriff mehr, ne? Das... Okay, du hast jetzt kein Fernangriff mehr, von daher ist es nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt hier mitten auf einem Haufen stehe. Das war so klar. Ich habe gehofft, dass du das nicht siehst. Das war so ein richtig dicker, grauer Balken. Ich sollte doch meine Brille tragen. Alter, ohne Spaß. Hast du das jetzt echt nicht gesehen? Sonst hätte ich wohl kaum geschossen. Bitte, bitte, bitte. Feuer! Ne. Noch? Ah, ah, zu weit. Du hättest nachjustieren können, das weißt du, ne? Ne. Nicht? Ne? Nicht. Was heißt? Nachjustieren? Hinterher noch ein bisschen weiter nach unten lenken, hätte ich gedacht jetzt. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht. Oh, ich denke schon. Ich dachte direkt eine Mine, direkt neben mir. Ja. Das ist wohl ein Blindgänger. Ich muss ein Blindgänger sein. Alter Schwede. Was machen wir denn da jetzt? Frag Sachen. Willst du ausprobieren? Kannst du hier nachjustieren? Ja. Okay. Boah! Oh, wer hat getroffen? Der war übel. Und ja, man kann nachjustieren. 72 Damage, Alter. Einen Wurm habe ich noch. Wir haben gar keine Niederseile oder so, ne? Haben wir. Was ist das UFO? Damit kannst du hier diese In-Game-Dinger... Ne, man kann denen ja seilieren. Ne. Jetzt habe ich ein Problem. Jo. Wie die Gleichstellung. Oh ja. Ist sowas wie. Nur, dass es halt noch eine Wasserspur hinter sich herzieht. Und jetzt wird doch kein Blindgänger. Boom! Fünf Sekunden. Zeit ist oben! Und ja. LoL. LoL. Was willst du denn machen, Junge? Verdammt. 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 Kaum geiles Spiel. Ich mag das Spiel. Es fühlen sich. Ja doch, macht Spaß. Auf jeden Fall. Meisterschaden. 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 954. Hahaha. Aber ich habe das aufs gesamte Team gezogen, ne? Ja, klar. Meisterschaden. 1,2446. Okay. Und dann nochmal der Kram von Krischi. Fünf Züge unter... Unter... Wird wohl Unterwasser heißen, aber... Denk ich mal. Yo. Gut. Das war dann unsere erste Folge von Worms Clan Wars. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns mal eine Bewertung da oder einen Kommentar. Wie gesagt, wie ist das mit der, äh, 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 hier. Ihr wisst, die Webcam. Vermutlich stört sie da jetzt gerade, wo sie ist. Ihr könnt ja mal schreiben, wo ihr sie lieber hättet. Wie gesagt, sagt auch was zur Transparenz. Ist die gut? Wollt ihr, dass sie deutlicher ist, also voller, quasi keine Transparenz? Oder soll sie noch transparenter sein, damit man Sachen im Hintergrund besser sieht? Wir gucken uns jetzt unsere Transparenz erstmal an. Gucken dann selber, wie das aussieht. Aber, ja. Neues Projekt. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Komm, vielleicht wird sich da uns, äh, sogar nochmal jemand anderes mit anschließen. Dann wird es ein Gemetzel mit drei Leuten. Ich glaube aber, dass man, ähm, wenn wir drei Leute sein sollten, ist es nicht mehr möglich, da noch acht Würmer, äh, pro Team zu benutzen. Ich kann mal gucken. Ne, siehste, dann sind nur noch fünf möglich. Ja. Also. Gut. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.